so heute zeige ich euch wie man einfach den einen buchstaben der da fehlt ergänzt indem du ganz oben links auf das lasso gehst dann einfach die gewünschten buchstaben einmal umkreist dann mit dem rechtsklick müsste das sein bei windows einfach layer via copy dann habe ich das jetzt quasi in einer neuen ebene gespeichert und jetzt gehe ich auf transformieren und nehmen wir diesen buchstaben weil er jetzt kopiert worden mit einer neuen ebene und versetzt ihn dorthin wo ich ihn gern haben möchte einfach mal gerade richten genau sollte schon mal passen bestätigen jetzt sieht man aber hier dass man da auch diese hässlichen ränder sieht das heißt man geht einfach auf oben links den radiergummi und nimmt da ihr bitzer auf 70 prozent das einfach 70 prozent nimmt und nicht irgendwie 100 prozent damit das irgendwie so stark ausschaut habe einen weichen pinsel genommen das seht ihr das hier 60 die größe und stärke 45 und gehe dann einfach rund um das b herum man sieht dann schon dass sich das super abhebt und dass man dann einfach diese diese kontraste jetzt wie vorher dass man die einfach gar nicht mehr sieht innen drin auch noch mal und so haben wir schon das gewünschte p so wie wir das haben wollen wenn es jetzt einfach von der position noch nicht ganz passt kann man nochmals auf transformieren gehen noch einmal gerade richten so dass es dann wirklich passt und schon haben wir das gewünschte b noch mal ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt damit was anfangen können wir sehen uns das nächste mal tschüss